Ah, gut. Ach ja, haben wir noch keine Feuerdingster-Muster. Scheiße. Gut, dann warten wir erst mal, bis die beiden Kleinen hier rüber sind. Wow. So, jetzt springen wir da rüber. Dankeschön. Nein, das war nicht das, was ich wollte. Geh weg. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Hallo. Auch nicht. Warte. Yay, fuck you. Ich wollte da, ich schwöre. Die kommen ja wieder. Warum kommen die wieder? Ja, die Kleinen kommen nicht wieder. Fuck. Hä? Die Kleinen kommen nicht wieder, aber der Eiswürfel kommt wieder? Why? Ist doch eins und dasselbe. Die haben ja eins und dieselbe Strecke. Da kommen wir jetzt noch mal rüber hier. Bam. Ja, komm. Alter, mit einem Eiswürfel, äh, mit einem Feuerball zu spielen, ist echt ne Quatsch. Da hast du echt, da hast du echt. Oh Mann, Alter. Oh Gott. Die Stelle mit einem Eiswürfel, äh, die Stelle mit einem Eiswürfel, äh, mit einem Feuerball, das wird ne Quatsch. Warte, 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 warte. Schaut halt, warte, warte. So, komm ich hier rauf, ja, doch, da komm ich rauf. Bam, bam. Yay. Oh mein. Bitte, lieber Eiswürfel, geh weg. Ach so. Der macht mich nur wuls. Genau so wie die hier, meine lieben Kollegen. Ah, wie定? Oh, ich geh mal lieber oben lang. Kann ich gar nicht mehr. Scheiße. Oh, wir werden so hart sterben. Oder auch nicht. Hallo? Wer hat mal hier mit? Danke. Oh! Oh! Okay, das kann ich noch gar nicht. Ey, was dann? Komm jetzt wieder. Nein! Bleib bei Papi! Yay! Jodio! Komm! Komm nicht ran. Du bist zu alt. Fuck! Alter, ich... Geht doch. Oha! So, bei dem her kann ich glaube ich auch eine Blümer, oder? Nee. Gut. Tada! Na komm. Oha! Darf du so ein Risspunkt schaffe ich jetzt nicht. Da unten sind ja Stacheln! Warum sagt mir das denn keiner? Ach, kommt. So. Oh Gott. Achso, gut. Okay, da kann ich relativ easy rüber. Perfekt. Perfekt. Na komm. So. Wow. Wow.